In Vorarlberg hat ein Bäcker nach 28 Jahren Dienstzeit eine Nachzahlung von 27.000 Euro erhalten. Über fast drei Jahrzehnte bekam er keine Überstunden sowie Nacht- und Sonntagszuschläge ausgezahlt. Die Arbeiterkammer brachte diesen Fall jetzt ans Licht und erreichte im Rahmen eines Vergleichs die Nachzahlung. Der genannte Betrag deckt allerdings nur die letzten drei Jahre ab, da frühere Ansprüche bereits verfallen sind. Der Bäcker arbeitete sechs Nächte pro Woche und leistete zahlreiche Überstunden sowie Sonntagsdienste. Nach einer längeren Krankheit wurde er gekündigt und wandte sich an die AK, um seine Abfertigungsansprüche prüfen zu lassen. Dabei stellte sich aber heraus, dass der Arbeitgeber keine korrekten Nachtzuschläge und keine Überstunden sowie Sonntagszuschläge ausbezahlt hatte. Zudem erhielt der Bäcker keine Arbeitsaufzeichnungen, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Gloria Kinsberger, Expertin bei der Arbeiterkammer, betont die Wichtigkeit der Kontrolle von Arbeitsaufzeichnungen. Da Ansprüche oft nur wenige Monate rückwirkend geltend gemacht werden können. Im vorliegenden Fall konnte nur für die letzten drei Jahre eine Nachzahlung erzielt werden. Andernfalls wäre die Summe vermutlich deutlich höher ausgefallen.